Lucy schlurft durch die Wohnung. Wo ist der Lippenstift? Wo? Keinesfalls kann sie mit ihren knallroten Pavian-Propo-Lippen aus dem Haus gehen. Ihr Date würde ihr nach dem ersten Blick den Rücken kehren. Heutzutage trägt man als Dame ausschließlich grüne Lippen. Alles andere ist seit Jahren out. Allein bei dem Gedanken daran bekommt Lucy Gänse-Schuppen. Es wird später und später. Lucy sucht und sucht, aber findet weder den Seetang-Lippenstift noch das Wasabi-Lippgloss. Sie ist verzweifelt. In letzter Sekunde kommt sie auf einen rettenden Gedanken. Sie rührt ein bisschen Matcha-Grün-Tee-Extrakt an und schmiert es sich auf die Lippen. Jetzt muss sie nur beim Cocktail-Schlürfen aufpassen, dass es nicht abgeht. Aber was, wenn er sie küsst?